Hand Nummer 1 ist fertig. Nein, nicht ganz, da kommt jetzt gleich noch Farbe drauf. Aber ich mache jetzt erstmal Hand Nummer 2. Oh mein Gott, dieser Unter... Ja, die zweite Hand ist auch fertig. Ich liebe es, schaut mal. Ist für mich zwar noch ein bisschen zu kurz, aber längere gab es nicht. Und man nimmt was man kriegt, ne? Ihr habt in meiner Story abgestimmt, dass ich dieses Lila nehmen soll. Aber irgendwie bockt mich das hier mehr, bin ehrlich. Okay, nur für euch. Ich weiß übrigens nicht, ob das normaler Nagellack ist oder Gel-Lack. Weil ich dachte, es wäre Gel-Lack, aber es sieht aus wie normaler Nagellack. Egal, ich mache es einfach so oder so unter die Lampe. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Nur mir passiert sowas. Okay, und wir wissen jetzt, dass es Nagellack ist und kein Gel. Ich mache das jetzt ab und mache vorher noch so ein Basecoat drauf, weil das nicht so glänzt, wie ich es gerne hätte, weil die Nägel ja eigentlich matt sind. Und das nervt mich, deswegen mache ich das jetzt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gestern vergessen habe, weiter aufzunehmen. Und mittlerweile fehlen mir schon wieder zwei Nägel. Aber ungefähr so sah es dann aus. Man nimmt, was man kriegt.